jo ja mal leute herzlich willkommen zu einem neuen let's play von armsy 2 und zwar ist die mercedes benz c2 stadtmiss von mir erschienen in steam wir fahren damit heute mit den d2 gelenk bus genau von auf dem brenhausen die 15 zum wort bahnhof ja schauen wir uns auch mal wenig das fahrzeug an ganz kurz werden wir auch gute konfigurationsmöglichkeiten ein bisschen würde euch alles selber angucken darauf gehe ich jetzt nicht extra ein wir sehen wir haben wir das brt der sport von diesen daro trainer in adron drucker haben wir drin davon ist ganz cool textur sieht top aus in dem fahrzeug kann man nicht meckern es gibt ein paar repains man kann die sitze ändern ja es gibt einen sound von dem bus und das ganze gibt es in verschiedenen varianten bolo variante kam also kurz variante le variante und gelenk variante haben wir ja genau so hoffe ich mal dass die grün wird weil wir auch schon drei minuten verspillung und aber wir haben richtig einen schönen taunt drin auf jeden fall so starten mäßig also haben die echt oder derjenige hat das auf jeden fall echt sehr 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 gut gemacht ja so aport wir haben mal rein also das ist echt top also hätte ich nicht gedacht so Ja, sonst was gibt's zu erzählen? Äh, ich spiel, wie immer. Ja, wir fahren jetzt in die Innenstadt von der Rheinhausen rein. Was ich finde, ist eigentlich der beste Teil, so die Überlandstrecke und das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Ja. Genau. So, wir sehen, wir haben hier links eine Rechtsabliegerspur, wir dürfen aber allerdings gerade ausfahren, weil wir Linienverkehr frei haben. Ähm, ja. Ja, die Karte ist auch schon eigentlich uralt, die gab's ja schon damals in MC1. Boah, ich finde, die ist halt immer noch irgendwie top, weil sie hat halt irgendwie was. Ich finde sie gut. Ja. Ja, es kann wohl Ich bin auch tatsächlich sehr unerwartet, weil er gar kein Release-Datum mehr kam Zu dem Buspack, sage ich mal Oh Wir fahren auch noch links Oh 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 So 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 ganz spannend eigentlich ganz cool so muss man hier halten eigentlich war nämlich nach rechts aber hier ja im Normalfall haben wir eigentlich wenn wir Glück haben meistens eigentlich mal kurz Pause hier und das fällt natürlich gut aus aber jetzt haben wir den Hauptbahnhof wir können ja kurz noch von außen mal den Sound anhören ich glaube ich finde den einfach echt sehr sehr top so hier fahren wir gerade aus gib ihm ja ich hoffe das heute haben wir sich nicht absturzen im Let's Play wie beim letzten Mal das war natürlich der Oberhammer ähm ja aber wie gesagt schreibt auch die anderen Kommentare was ihr demnächst sehen wollt ein Let's Play ähm ja auch für Train Simulator jetzt haben wir auf einmal verflogen alles klar äh für Train Simulator kommt wohl bald der neue äh die neue Bauchweil 648 also Wind 51 die neue Generation aber mal schauen ähm ja da bin ich mal sehr gespannt ich war ja schon in guten Lint also die 648 von Ray Traction äh sondern mal mit den neuen Fahrzeugen den neuen Texturen ist das auf jeden Fall gibt es auch ein Video mit dem wir mal gucken ähm ähm ja mal gucken was für den Bus hier noch äh oder allgemein für dieses Bus Pack äh noch in Zukunft kommt ähm ich stehe da Vol.1 ähm gleich kommt er in der Zukunft noch mehr ähm oder was so an Modeling Tools kommt da denke ich mal auch noch eine Menge von Repairance gibt es gerade zwei Stück einmal Stockholm äh ich glaube Krefer hat repairnt oder was das war irgendwie sowas ähm jo genau ja die roten Ampelphasen sind teilweise echt lange hier äh jo wir haben auch schon die Spätung gleich ne Minute aber naja egal Alter jetzt ziehen wir mal hier rechts rüber rechts haben wir einen Betriebshof da vorne irgendwo ich glaube da halten wir sogar auf oder auch nicht wir fahren gerade aus denn genau ich weiß ich weiß wie ja leider können wir dieses gerät hier nicht so ganz bedienen eigentlich schade vielleicht kommt es auch in zukunft wäre ganz cool ja 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 buch oder brotstein so war eigentlich gleich da sein klobes Alles klar, es geht gar nicht. Kann man nur den Stand drücken. Na, muss man wirklich mal gucken. Äh, ja, ist man gleich da um 11.57 Uhr. Oh, ja. Die Haltestellen sind echt grenzwertig. Also wie die Autos da manchmal parken. So, Kreisverkehr, dritte Ausfahrt. Und gerne. Und gerne. So, Nordbahnhof, da sind wir. Oh, sehr cool eigentlich. Ja, das ist halt das Geile bei Rheinhausen. Ja, und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da, einen Daumen rum. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.